Hallihallo, willkommen zurück bei Kingdom Hearts 3. Wie ihr sehen könnt, sind wir gerade bei die Monster AG. Das heißt, wie ihr sehen könnt, einige ältere Zuschauer werden diese Disney-Welt gar nicht kennen. Ist mir auch ziemlich neu, aber sie heißt auf jeden Fall die Monster AG. Stande zumindest eben da oben eingeblendet. Ja, mal schauen, wie die Welt so ist. Ich finde die Kramike ganz cool eigentlich. Spiegel schön. Ja, sieht echt gut aus. Schöp Durham Huh! Huh, Hahn! Gotta send her home right now also, help me so help me so Help Me! So Monsters Incorporated used to rely on methods of screen power for their human insuits for energy. So Help Me. But, now we collect their laughter instead. Es ist nicht so, dass es, Lafters zehnmal mehr Macht ist. Kitty! Wir haben es nie ohne Bu. Cool! Unsere船 ist, auch mit Lafter 2. Ich glaube, wir haben das in common. Was ist die Lafter-Machin? Komm schon, ich bin nicht. Ich muss ehrlich zugeben, die Zwischensequenzen nerven langsam. Also, man kann es doch echt übertreiben. Das ist kein Hollywood-Film, das ist ein Spiel, also echt mal. Wir müssen noch mal spielen, Buu. Du bleiben hier. Bereit zu schnauern, Haus? Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh no! Oh no! Oh no! Right here! Nice. Grab onto the door when you're ready. Got it. I wonder where Boo's door flew off to. Yeah! I want to have me on my... Yah! ... 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 We're gonna make it, guys. Und natürlich war das Mikrofon wieder aus, also sehr gut, ist ja auch egal, naja. Ah, da war gerade ein unsichtbarer Gegner. Haltlos! Not here, too! Keep Fu out of harm's way. We'll handle the bad guys. We'll handle the bad guys. Woah! Es ist offline! Wir müssen es aufstehen! Es gibt keine Schmerzen! Keine Angst, ich werde Buhl sehen. Zora, wir müssen Buhl aufbauen. Hurry! Help me take out these ghouls! Ja! 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 Not more! Get him! Ich bin bereit! Okay! Oh! Go, go, go! Oh, go, go! Oh, go, go! Oh, go, go! More of them? Oh, go, go! Ja, hier geht's! Oh, 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 oh. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Give it a good shot, Sora! UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Hey, what are we doing? UNTERTITELUNG Whoa, am I dizzy! UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG The door is open! Okay, eh, gut, wir wissen gescheit. Wir müssen herzlose verprügeln, damit die kleine Lachen tut. Und so öffnet sich die Tür. Also, ihr habt gesehen, wir müssen herzlose verprügeln. Whose door? Dürfte kein Problem sein. Ready? It's time to hitch another ride. Cool. We have to find the first one! Over there! Over there! Over there! And now... We have to reach the future! European Das ist die Tür! Wohooo! Woah! 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 Ok! Okay, das war jetzt nicht so gedacht. Ich hoffe, ich bin auf Freiecke gekommen. Warte mal, da geht's hinten. Ah, hier und im Plan. Ja. Let's see. Ja. 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 Die Tür sollte gerade hier irgendwo sein. Jeder hier. Diese Tür sollte uns gleich zurück zum Platz. Ich werde jetzt komplett Herzlose wieder. Verstanden? Ja. Ja. Geil. Ja. 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 Herzlose Zwischensequenz Standard. Ah, good, okay. Who cares? All that matters is that it's the last turn that you losers are ever gonna take. Randall! Who's he? A creep we banished for trying to collect screams by force. He used to be Boo's scarer. How did you even get back here? The door we sent you through is sawdust! Yeah, and I almost got turned into somebody's wallet. Lucky for me, a real nice guy came along and fixed the door. So here I am. And starting today, I'm numero uno! Top of the leaderboard, baby! Ha! You a top laugh collector? In your dreams, Randall, my laugh totals are off the charts. Who said anything about collecting laughs? I'm after negative emotions. And my new friends have kindly invaded the factory to get them for me. Hmm. Negative emotions? Who's gonna know? Yeah, Organization 13 must be helping them. Laughter's just not sustainable. Once Junior chorts his last chortle, you've gotta start over. But negative energy, especially sadness, give them something that really breaks their little hearts. And they'll stay sad forever. We'll never have to worry about energy again. We're not gonna let you hurt anyone like that! Huh? Not you or your little unversed helpers! Just try and stop me. You'll see soon enough. I am gonna be a legend around this place. Now, consider your careers officially over. What?! And that goes for the rest of you too. Hey! Where'd he go? We're in control of this factory now. And I suggested a few improvements. Some real doozies I just know you're gonna love. In fact, you're not getting out of here alive. That weasel means business. He'll never quit. We have got to get Boo to safety first. Then we can take care of Randall. Time to find a way out. Enjoy what's left of your miserable lives. It'll be okay, Boo. Ah, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich nehm einfach mal stark an, dass die Zeit wieder um ist. Äh... Wir sehen uns. Ah, Quatsch. Ups. Ja. Aus für being they play. Ich hab mit, auf Das war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, mir Assim ist gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Beijah. Weil die Erfahrung haben voll zu finden. Für ihn damals war auf jeden Fall vom Ungarn, in die bootstube inefficient. till nie zu mock. Also im Haag. take notes dazu Di Wieder. focus